Ja, Yannick Nersch, Wahnsinnsgeschichte ist seit wieder weitergekommen, aber ihr habt natürlich auch Glück gehabt, ne? Ja. Ja, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es war in der ersten Halbzeit, denke ich. Es war ganz okay. Und in der zweiten Halbzeit, ja, haben wir klar, das Ding gemacht. Und, ja, ich wollte noch kurz fragen, welches erst spielen die? Einmal höher, ne? Ja, alles gut, alles gut. Ja, und jetzt geht es gegen Rot-Weiß Koblenz auch zu schaffen? Ja, wir wollen Trier. Okay, und guck mal, schon mal Richtung Pokalfinale? Ne, wir konzentrieren uns auf jeden Gegner und, ja, wir versuchen das Beste gegen Rot-Weiß Koblenz. Und jetzt gefeiert bis morgen früh? Ne, ich muss leider morgen um fünf aufstehen, aber egal.